Lasst mich raus! Lasst mich raus! Warum lasst ihr mich nicht raus? Verflucht. Und damit herzlich willkommen hier bei Moomars Moe mit mir, dem JMO und Uncharted 4 mit Nathan Drake, dem jungen Nathan Drake hier in der Gefängniszelle von Joseph Burns. Ich muss mich noch entschuldigen wegen der letzten Folge, da hat es dann angefangen so in den letzten Minuten irgendwie rumzuspinnen. Ich hoffe, das wird diesmal nicht passieren. Wir haben ja jetzt einen Schatz. Kümmern wir uns ja erstmal nicht darum. Bringen wir ihn erstmal wieder in Sicherheit und runter. Genau. Vorsichtig. Ich muss mal hier ein bisschen lauter machen. Das ist ein bisschen leise. Der gute Nathan. Zack. Runter. Mehr gab es da, glaube ich, nicht zu sehen. Da gab es keinen Schatz. Da geht es nur runter, ja? Können wir uns runterlassen bestimmt. Zack. Okay. Okay, nein. Wir lassen uns natürlich jetzt runter. Können wir hier durchbrechen? Ach, wir dürfen hier gar nicht schwingen. Das ist ja schade. Na ja, dann lassen wir uns einfach so runter. Ah, okay. Jetzt können wir uns hangeln. Ganz langsam. Man muss ja die Mechaniken hier ein bisschen austesten. Na ja, jetzt musst du dich gleich fallen lassen. Und dann springen, mein Freund. Oder, wenn wir Glück haben, können wir uns Entschuldigung Auch einfach ranspringen. Da müssen wir uns nicht fallen lassen. Wer weiß, ob wir den Sprung dann geschafft hätten. Sicher ist sicher. Ich bin noch gespannt, ob uns dieser Vargas denn abzieht oder nicht. Also über den Tisch haut. Über den Tisch haut. Über den Tisch zieht. Warum kommen mir diese einen Sachen hier nicht so aus? Wow. Ist runtergefallen? Können wir selber gucken? Wo sollen wir denn jetzt hin? Da hoch? Wahrscheinlich, oder? Okay. Mist, da kommen wir aber nicht hoch. Aber da unten wahrscheinlich. Da müssen wir uns fallen lassen und dann springen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich sehe, Rafe tut das. Ja, dafür musste man wissen, wie die Raffe überhaupt aussieht, mein Freund. So. Haha. Nathan Drake 1. Gefängnis 0. Raus hier. Na komm schon. Uiuiui. Ah, da geht mein Schulter. Ach ja, sehr schön. Vargas steht immer noch da rum und wartet auf uns. Vargas. Ich will einen Kuss. Ich will einen Kuss. Ich will einen Kuss. Ich gebe dir einen Kuss. Wow. So, als Holz ist es nicht zum Springen gedacht. Besser hier runter. Solange es geht. Ach, cool. Man kann unseren Schatten da sehen. Ich bin immer noch sehr beeindruckt von dem ganzen Spiel hier. Wie man vielleicht hört. Nicht nur aufgrund der Grafik. Einfach nur, weil es schön ist. Wow. Hier wieder zu spielen. Okay, vielleicht müssen wir springen. Oh, Gott. Nein, nein, nein. Ja, er nimmt mir die Worte aus dem Mund. Ich freue mich immer noch so wahnsinnig wie so ein kleines Kind. Ach, das macht so Spaß. Das ist so schön. Yes. Bisschen stürmisch hochgekleidert, aber wir sind oben. Natürlich halten wir unsere Augen nach Schätzen offen. Aufhalten wir sie natürlich auch. Wollen ja nichts verpassen. Ich finde es aber auch gut, dass die... Na, okay, hier sieht man das jetzt nicht, aber dass es scheinbar ein bisschen mehrere Möglichkeiten gibt, wo hochzuklettern. Das haben wir in der letzten Folge gehabt, auf jeden Fall. Wenn ihr vielleicht noch wisst, konnte man dann... Jetzt sprechen wir. Anders weiter. Ich gucke noch mal kurz, ob wir hier aufs Dach hochkommen eigentlich. Nee, ich glaube nicht. Alles klar, wir springen dann von dem Dach... Also von hier dann rüber. Dann könnte das vielleicht sein, dass wir da hinkommen. Jetzt springen wir natürlich erstmal hier hin. Ich versuch's einfach. Ich meine, wenn wir es nicht schaffen, landen wir hier. Das ist nicht so schlimm. Okay. Versuch, war es wert, zu gucken, ob dein Schatz ist. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hintergangen werden oder nicht. Wir haben es ja quasi zurückgeschafft. Hallo. Senor. Du hast es geschafft. Was hast du gefunden? Drake? Komm, sehr ehrlich. Ich wär's. Das Ort war geschehen. Ah. Wenn es ein Schatz gibt, woher ich es nicht gefunden habe, Du bist sicher? Du hast in den richtigen Ort? Vielleicht habe ich etwas in der Bibliothek. Es könnte ein anderes, das hat ein Jahrzehnt. Ja. Ja, da 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 da. Haben Sie einen Plans in diesem Ort, wie Blueprints? Oh, könnte es sein. Es gibt ein paar old Files. Okay, gut, gut, gut. Schauen Sie die, okay? Schauen Sie, was du kannst. In der Zeit, ich spreche mit Sam. Er ist unsere Avery expert. Vielleicht kann er das ganze Verständnis machen. Genau, ich schaue die Files. Ja. Schau mal. Der durchsucht ihn nicht, naja. Ich fand ihn jetzt nicht. Ja. Schau mal. Oh. Kann ich nicht? Entschuldigung, Leute. Ich muss mich. Natürlich. Ich gehe dich an, wenn du es. Das ist für dich. Das ist das. Das ist das. Wir haben dich gut gemacht. Du bist gut? Ja. Woh, 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 woh. Du kannst mich in suspense, oder? Du bist richtig. Nein, wir bist richtig. Ja. Wir müssen nur Rafe finden. Rafe. Oh, Rafe. Woh, bitte. Komm schon. Wie du sagst. Wir haben das gemacht. Du und ich. Woh, das grössige Geist kommt auf der Seite? Wie lange haben wir versucht, hier zu kommen? Wir hatten einige Leads. Nein, wir haben nicht. Okay? Nicht eine. Also, wie es oder nicht, keine Rafe, keine Vargas, und keine zu kommen. Ja. Speaking von Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Er hat dich in die alte Verständnis? Ja, ja, er hat. Ja. Ja. Mhm. Hm. Hm. Also, wie viel weiß er? genug, dass er einen Kuss hat. Oh, shit. Rafe, wenn jemand anderes über das herauskommt... Ja, ich werde es mit Vargas arbeiten. Nicht schweißen. Jetzt gehen wir weiter mit den wichtigsten Themen. Okay. Wir finden etwas mehr, äh, private. Ja. Ja. Alles klar. Alles klar. Okay. So. Was haben wir da? Oh, shit. Huh? Hey. Kann ich? Alles klar. Okay. So. Was haben wir da? Ja. 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 Ed supuesto. Ja. Ja. Sie es sind Pulier. Oswald auf der Das ist ein Paradies. Penitent Thief. Ja. Was? Du hast es herausgestellt? Es gibt eine Kathedrale von St. Dismas in Schottland. Wait, das letzte Sighting von Avery war in Schottland? Das kann nicht so sein. Nein. Ich habe meine Gefühle über dich, aber... Wir holen, Vargas. Geht die hell aus dem Schottland. Oh-oh. Let me guess. Das ist der Mann, du hast dich gewonnen? Ah. Ich wusste nicht so viele Freunde. Ich wusste nicht, dass wir uns nicht fertig sind. Wir haben uns geteilt. Okay? Es ist sehr lange zu sprechen. Ich weiß nicht, warum? Okay. Oh! So. Und da beginnt die Schlägerei. Lass mein Bruder! Ah, Schlägen kann man ausweichen. Oh, Dropkick. Gut, dass der eine nur zugesehen hat. Boah. Ich war noch nicht fertig mit dir. Oh, Scheiße. Was hab ich hier gemacht, Leute? Lass uns das schnell aus, damit wir rauskommen. Nein. Du kriegst... Aua. Shit. Warum? Mist, ihr immer ein... Boah. Gut, du kommst euch jetzt! Ha, ha, ha. Boah, Gustavo... Boah, der ist echt gefährlich! Oh, das ist nicht so... Den müssen wir aufpassen... zumal 8 kriegst auch eine schöne Beile du kriegst mich nicht zu fassen erinnern er hat so oft schon die Kessel gegen seinen verdammten Kopf bekommen nein nicht verdammter Würger nimm den Deckel oh nein jetzt holt er sein Messer aus holt er mich immer zwei Vargas äh oh oh Einen! Wer glaubst du, du bist? Lass uns zur Cerda! Da sind die Gringos in meiner Piscina. Lass uns! Lass uns! Oh, hoffen ich treten nicht durch. Took you long enough. We almost got killed, you know? You still might. Vargas? Seriously? I didn't find anything. Must be in a different tower. Well? What can I say? I was raised Catholic. I always carry one. Hey, 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 look. It's worthless, alright? You think I'm an idiot? Okay, you want to renegotiate, fine. Stop acting like a third-world thug. Put the gun away. Please. Thank you. We're willing to give you, uh... 10%. Think half. We're doing most of the work, 20. And you'd never find it without us. 25. Equals. 25. Does that sound fair, guys? I suppose I can live with that. Yeah, sure. Maybe 400 million divides nicely by four. Looks like we have a deal. Yes, we have a deal. Any of you ever crossed me a... Oh. Oh, nein. Jesus. That's that. Are you out of your goddamn mind? You want to find out? Guys, what are we doing here? We're sticking to the plan. Was this part of the plan? Follow me. Come on. Come on! Rayne, where are we going here? To the lighthouse. Vargas said the boat is right under the lighthouse. We're going? I don't know. Get outside and figure it out. Verdammt! Nicht schießen! Da war nichts. Vielleicht war doch da was, aber... Uh... The window! Hurry up! Yeah, sorry! Now? There's over. We got it! We got it! Let's go! I don't see the lighthouse. Right now, let's just get away from the guards. Oh, fuck! It's muster, yeah, unbedingt... ...so laufen. Come on, Sammy. I'm going to stop, keep going! Oh, crap! Over there, to the left! Whoa, 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 whoa! This way! Uh... No, 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 wait. Over here! Come on, come on! Damn it! It's locked! Come on, Sam! Come on! Come on, Sam! Come on, Sam! Another dead end! Come on, Sam! And... Let's go! Yeah, after you! Danke schön! Unsympathischer Kerl! Over the roof! Follow me! Are you sure? Yes! Come on, move it! Oh, der wird auch mega unsympathisch! Oh, nein, 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 natürlich! Oh, shit! Wow! Ja, warum prügeln wir uns denn überhaupt? Oh, unser Bruder lässt uns aber nicht zurück. Oh! Oh! Auf den... ... könnten wir... ...vertrauen... ...auf diesen Raffe nicht... So, komm! Hier... ...und... ...das! Zusammen sind wir stark! Ich dachte, du trusstest ihn! Ich auch! Auf welchen Punkt? Oh... Weg damit, ach da sollen wir rein, ich dachte... So als Hilfe zum Oberhochklettern Er wird uns nicht verlassen, nicht? Nicht, wenn wir schnell weg! Komm her! Ja, ich bin schon unterwegs! No Panic! Schau, sie sind überall! Okay, einfach gehen. Okay, sieht klar. Das Ort ist wie ein Maze! Ja, das ist wie sie nicht wollen, oder was. Oh, Schau! Schau! Oh, amigo! Ja, ich weiß nicht. Super, aber du siehst du das? Wir sind bei uns. Da ist das Lichthaus. Wie ich gesagt habe, steig auf den Plan. Wir haben noch nicht zugeleitet. Okay. Jetzt fass ich es vorbei. Schau uns an. Hier ist es. Komm! Aber sie brennen nicht den Kronen. Das ist der einzige Grund, warum er wahrscheinlich zurückgegangen ist. Weil wir das Kreuz haben. Sam! Okay, er ist hinter uns. Nein, ich kann dich nicht zurücklassen. Komm, Sam! Nein, 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 nein! Ich lasse dich nicht los. Woah, 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 woah! Sam! Nein! Nein, du, halt auf! Halt auf! Sam! Gib mir deine andere Hand! Komm, ich rieche! Nein! Sam! Dammit! We gotta move. Oh, no, er ist noch da. No, er ist weg. Komm, der Boot ist einfach nach der Wand. Nein, nein, ich kann nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann ihn hinter mir. Nate! Ihr Bruder ist tot, ihr kommt mit mir, oder mit ihm. Wir gehen, wir gehen, wir gehen. Sam! Oh Gott. Oh! Ich wollte nur gucken. Es tut mir leid. Ich wollte jetzt nicht runterspringen. Es tut mir leid. Sam! Oh Gott, nein! Nein! Shit! Ich glaube, wir können hier nicht großartig viel entscheiden. Wir müssen hier verschwinden. Panama ist zu gefährlich. Ich komme, ich komme! Ich kann mich, okay? Ich sehe gar nichts mehr. Ich komme jetzt nicht unendet. Uncharted 4 A Thief's End Und da sind wir Wieder Was ist mit Sam passiert? Was ist mit ihm passiert? Leider, ich würde ja es krasser finden, wenn man nicht wüsste, dass Sam ja wiederkommt. Das man schon oft genug in den Trailern gesehen hat. Aber hier sehen wir alte Bekannte, Eleanor und Sully. Das sind Erlebnisse aus den vorigen Teilen. El Dorado, der erste Teil. Und das hier sieht dann schon nach dem zweiten Teil aus. Auf jeden Fall. Mit, äh, wie ist der Ort im Himalaya? Ich trau mich jetzt nicht, das auszusprechen, weil ich es falsch aussage. Ja, der Zug! Wer kennt nicht dieses brisante Level, wenn er den Zug hochklettern musste? Also Uncharted 2 war voller Shambhala, genau. So hieß der Ort, Shambhala. Sehr, sehr schön das Ganze. Und dann hier ist Uncharted 3 mit dem Flugzeug. Da ging auch eine Action-Aktion nach der nächsten. Das war schon sehr, sehr krass. Und jetzt starring Nolan Off, Troy Barker, Richard, Mac, und da war es leider schon wieder weg. Aber mit bekannten Sprechern, die man kennt auf jeden Fall. Hier war nochmal der dritte Teil. Das ist das Ende des dritten Teils, wo sie dann zusammen nach Hause gegangen sind quasi. Sie haben sich ja schon einen Antrag gemacht oder er hat ihren Antrag gemacht, wollte nichts mehr mit der Schatzsuche zu tun haben. Und jetzt sind wir wieder zurück. 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 Vielen Dank.